eine woche patricia und schon kann claudia kein englisch mehr ich habe gerade mein video online gestellt und jetzt muss ich irgendwie heute abend doch noch ein schneiden damit ich morgen früh es online stellen kann also könnte man daraus hier schon was machen wollen wir machen halbe halbe gibst du deine million ich meine million dann kaufen wir es und verkaufen für das topo gefunden das hollywood zeichen eher gesagt die claude so wir haben gerade geparkt ich stelle euch mal hier nein ich stelle euch da nicht ab claudia hat das auto zu sehr geputzt es ist zu glücklich bei mir hätte der dreck auf weißt du da rutscht nichts ich will zu mir komm dann gib ihn mir erst mal ich nehme mir das weg komm gut dann kann ich doch nicht nein sagen wenn er so süß aussieht und weint ja aber bei uns sind die so nackt die bäume wow guck mal wie voll der baum ist also irgendwie wackelt es voll gehen wir zu den sternen die sternen zum aber hier ist ja auch gleich ein parkhaus dann nicht ausziehen guck mal dann nein 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 Yo, 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 yo! Was geht ab? Janie ist überhaupt nicht amüsiert? Jetzt lacht er. Oh, Claudia! Parkplatz für sie. Hier ist eben frei geworden und sie ist nach oben gefahren. Weil alles besetzt war. Janie, los geht's! Musik 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 Man möchte keine Shower Dog Genau, yeah! Gianni schmeckt es Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier in Soane. Wie heißt das hier? Hat das einen Namen? Einkaufs-Mall? Ich habe Angst. Ich habe total die Höhenangst. Es wird immer schlimmer. Ist das Hollister? Nein. Aber bei dir gibt es Hollister, oder? Ja, und Victoria's Secret. Also bei uns gibt es alles. Wo ist das Hoch hier? Wie viel sind die bei euch? Gleicher Preis eigentlich. Was ist das hier? Wo ist das hier? Wie ist das hier? Wie ist es hier? Wo ist es hier? Wo ist es hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020